so was geht ab leute mal wieder ein neues video von mir und zwar haben wir uns ja letztes mal den mero prank von leon mascher angeguckt und jetzt bin ich auf den prank gestoßen von ali aladami keine ahnung ich kenne nicht 33.000 abonnenten und das video ging auf jeden fall saftig durch die decke mero auf basejet also der mit dem video die ein oder andere verarschen und ich würde sagen wir schauen uns einfach das video an auf jeden fall heute machen wir einen mero prank viele haben mir gesagt dass ich auch zu sehen kann wie mero dies und das es war ein geburtstag von meinem bruder ames also wir haben just for fun bassjet gemacht und dann kam es wirklich in die also dann haben wir halt zufälligerweise habe ich mero gesungen und dann haben wir zufälligerweise einen mero prank gemacht dass meine kollegen sagen ey da ist mero dies und das also wir haben hier mero am start ist und das wollte ich mit ihm reden soll er was bei euch vorsingen dann wollten wir das vorsingen einfach ehrlich oder sie meinten ich bin 1 zu 1 wie mero also die stimme aber bin das nicht die saspar haben halt nicht geklaut aber leute ich hab halt gedacht für euch mache ich das heute weil einfach gucken wie das wird das ankommt und da ist auf die nummer für basejet die ist bescheid das geht ja komm mal ich bin der manager von melo wir sitzen gerade hier zusammen im auto wir fahren nach frankfurt wallah wir haben gerade ein video dazu ich wollte das eine ich meine liebe wir haben mir gerade ein video also, ich singe euch etwas vor seid ihr damit einverstanden okay sehr gut so das ist Ich sing euch Wolke 10 vor, ich sing euch Wolke 10 vor, ich sing euch Wolke 10 vor. Also mies kurz hochgenommen, red mal türkisch. Scheiße. Und ihr sagt mir einfach euren Namen, okay? Also fürs Video. Wie heißt du denn? Dann rede ich mit dir auf türkisch. Ich hab' ne? Ich hab' ne? Babytron, wir gehen, durch den Wolke 10 vor, wir sind, kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst vor Scheiße. Also war schon echt gut. Klingt schon ähnlich. Also man muss ja im Endeffekt vergleichen. Natürlich ist nicht der 1 zu 1, der redet ja auch nicht so. Aber gesungen war schon gut. Also zumindest gleich. Soll ich mal Wolke 10 vor singen? Was? Wolke 10. Soll ich dir mal Wolke 10 vor singen? Nein. Weil es kommt darauf an, wir wollen halt... Nein. ...und das soll halt ins Video. Hä? Okay. Babytron, wir gehen, Richtung Wolke 10, wo wir sind, kann uns keiner sehen. Und ich weiß, du stehst auf Mary Jane. Lalalalalala. Dann zieh ich schlecht an. Dann zieh ich schlecht an. Dann zieh ich schlecht an. Dann soll ich dir mal meinen Neuesten vor singen? Was ist jetzt für das nächste Album? Nein. 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 Das ist keine Frau. Sag ich Mentor. Bei den Proimonisten. Wow. Gänzel. Soll ich mal wieder Wolke 10 vor singen? Oder? Er möchte wieder ausreiten... Das ist ja gar revive. Was und travelled, wie... everyoneundosба ... Yeah. ... Keine Liebe bitte zu Gott Ja, sie wollen es aber mich freuen Mein Kopf ist so gefällt, ja, mein Kopf ist so gefällt Wollt meine Rolli weg, aber meine Rolli Schieben sie jetzt einen wiesen Weg Schieben einen wiesen Weg, doch gibt mich nicht, ich die verheert Du siehst ja meine Klick Ich bin 25 Der kann auch noch einfach alle Lieder von dem auswendig Ich kann nicht mal ein Lied davon auswendig Komm, hier ist ein K-Bass Auf jeden Fall, wir müssen weiter Mama, Bro, ich hab was zu sehen, weitergemacht Volk 10 vor sich Wie heiß? Ennis Wenn die Leute erst Baby, komm, wir gehen Richtung Volk 10 Wo wir sind gerade klein und süß Und ich heiße Und ich heiße Ja Weißt du mal, letztens Du hast mal geredet Ja, man geredet Ja, weil Du hieß Das ist nicht normal, Alter. 18, 18. Schau mal, Mädels. Es geht darum, dass ich euch in meinem Video ein neues Video vorsehen. Das habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen. Ihr sollt dann am Ende des Videos einen grüßen. Das wird jetzt einfach eine Compilation von meinem Vlog nach Instagram. Was ist denn ab? Die Legenden, sie denken, ich weiß nichts davon. Was sie vergessen, ne, die meinte ich noch mehr davon, mehr davon. Kann die Kanonien bitte zuhören? Ja, sie wollen. Ja. Chill mal. Das ist die ganze Zeit. Wir haben verstanden. Wir haben keine Stimmung vor. Das war jetzt nur für mein Video. Wenn ihr nicht einverstanden seid, dann kein Problem. Ja, was seid ihr? Ja, was seid ihr? Ja, Wallah. Das war jetzt nur für mein Video. Wenn ihr nicht einverstanden seid, dann kein Problem. Ja, was seid ihr? Ja, ich habe gerade vor. Ja,版iers. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Ich habe gerade keine Zeit. Ich bin gerade hier am Video drehen. Ja, wir haben auch keine Zeit für diese kleine Sache. Wir hatten viel zu tun gerade. Wallah, wallah. Welches Lied soll ich euch vorsieht? Wir drehen ein Video, wir drehen ein Video. Nein, hört mir zu, hört mir zu. Wir konnten nicht meine Nummer geben oder anonym anrufen, weil ich so viele Nachrichten bekomme. Wisst ihr was schon? Ja, wir wissen schon was gemeint, aber wir konnten nicht einfach mal einsehen. Äh? 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 Endlich. Jani, hör mir zu. Ich bin 18. Hä? Jani, die will mir sagen, wie alt ich bin. Egal, chill, chill, chill. Schau, schau, schau. Nein, ich kann nicht, ich muss aufgehen. Entweder du hörst jetzt einen Lied an oder ich muss aufgehen. Das ist der, glaube ich. Das ist der, glaube ich. Egal, JJ. JJ, nur noch bisschen Bum, hey. Dein Kopf ist viel haut, alles okay. Ich trink Beats von meinen Brau und ich bin frei. Kurze fick ich alles weg. Habt ihr gehört? Schreib mir mal schnell. Ich kicke die Scheiße seit Jahren. Doch keiner hat was von mir gehört. Jetzt seid ein halbes Jahr offiziell und jeder hat. Habt ihr gehört? Ja. Ja. Hey. Hey, wann hast du einen kaputten Tag? Jetzt kann ich euch leider nicht verraten. Ich habe eine Frage, wann hast du einen kaputten Tag? Ich kann euch nicht alles verraten, aber ich habe im Juli geputten. Ja. Scheiße, kurz gegoogelt. Sich nochmal fett gerettet. Ja, genau. Ja. Ey, ich schwör. Reg Baller los. Baller meine Pexy, Pexy für die Neida. Jacke mit Petsiglänz und Designer. Wieder mal der Beste, Beste, bin geiler. Ich schwing, du denkst es wär einfach. Komm in alle Weibar, wenn du Leiter, wie ich hoch war. Mehr wie Flo war auch Fußballer. Los Baller, was sind deine Jungs? Komm hier nur mit Wohru 6, wo? Kick hier rein und flipp dir deine Scheine. Jede mal lieber zur Seite. Geh zur Seite, ich will alles hoch. Geh zur Seite, ich geh zu. 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 Ja, aber letztens war auch jemand, der war an Kiff, der hat so zu. Und er hat so eine schöne Zunge. Ich geh zu. Da gibt sich anscheinend jeder als Mero aus. Aber der hat sich schon ein bisschen gefickt, dass der Mann von Ennis gesagt hat. Ja, ey. Wie ich kann keiner die Stimme haben. Ich schwör auf deine Mutter, du bist Mero der Rapper. Der Rapper. Ja. Mein Kopf, Alter, ich glaub, ich bin angepackt. Wieso ich euch jetzt noch Wolke ziehen mit eurem Mann vorsehen? Weil das ist der Abschluss. Ich muss hier halt... Mero! 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 Okay. öhm. Mero! 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 Ja, okay. Mero! 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 In der Schule! Mero! Mero! Okay. Englisch? Ich lerke. Ich habe keine Lüse. Ich war mein schlechtes Fach in der Schule. Ich war nur gut in Mathe. Gute Musik. Krass. Ich darf sogar die Lehrerin, dass ich nach vorne gehe und sie demonstriere. Wir müssen jetzt leider nicht weg. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Sie sagt Inchallah. Sie sagt Inchallah. Ich weiß gar nicht, ob man mich sieht. Oder nicht bestimmt gerade mit der Rückkamera von meinen Händen. Das war das Video, wie du meine Kameras verbläge. Ja Leute. Das ist wirklich das Video. Aber echt gut gemachtes Video. Auf jeden Fall echt gut. Ja. So singen wie Mero. Ja geiles Video auf jeden Fall. Wie gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und folgt mir auf Instagram. Peace. Immer wieder. Ich habe mal geg kapiert. Ich kann das Videoçons Ochrenson 줘. Säbelle Petri. Ja. Ich versuchte den Daumen nach unten. cul.